Das ist Pujak, die ist von Altenberg, da spielt hier die ganze Familie, inklusive eingeheirateten Damen. Und jetzt auf Schlag Matthias Bauer-Winkelheiz. Auch da hat der Vater sehr gut das Tischtennis gespielt, oder spielt es immer noch. Und dann, glaube ich, auch noch sein Onkel. Also Bauern sind überall süße, böse, nein. Sehr sympathischer Mensch. Muss ich hier einiges an Punkten vorgeben, ist ja Vorgabeturnier. Drei Punkte Vorgabe. Video wird nicht mehr lange laufen, Akku schwächelt schon. Aufschlag Pujak. Oh nein, ich finde das trotzdem gebührt. Ich bin zehn. Es ist jetzt eins. Ja, ja. Nein, ich muss mal auf jeden Fall sein. Es wird auch bekommen, ich komme jetzt mal. Ich bin dran. Also, ich bin dran. Ich bin dran. Das ist ein Kuss. Alles Kuss hier. Alles Kuss hier. Sieh mal. Alles ist. Ja! Und... Immer schießen. Der war schon hinten. Sind wir auch noch mal gemacht? Mann! Sprech sie! Spiel ist super für sie. Auf den Tisch, die Feuerwehr, ist unsere Macht lang. Der hat die Fliegen, Schildkabel der Welt geht. Macht es um 3 Uhr. Danke. Wir machen das alles. Die beiden haben die Musik gekocht. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...